Liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, ich möchte Sie heute Abend zur Reihe Wendegespräche im offenen Kanal Magdeburg herzlich begrüßen. Und ich freue mich ganz besonders heute Frau Waltraud Zachhuber, ehemals Dompredigerin und Superintendentin und heute Pfarrerin im, darf ich sagen, Unruhestand, hier heute Abend begrüßen zu dürfen. Frau Zachhuber, über die Zeit vor 1989 haben ja viele Menschen, die damals in der Opposition waren, berichtet, dass es für Sie wichtig war, in der Opposition zu sein, zugleich aber auch mit Ängsten verbunden war, vor der Staatssicherheit, vor Repression. Können Sie uns darüber berichten, wie Sie die Jahre vor der Friedlichen Revolution in Magdeburg erlebt haben? Seit 1980 war ich Pfarrerin am Magdeburger Dom und habe diese Jahre als eine Zeit erlebt, in der man als Pfarrerin sehr sinnvoll arbeiten konnte. Weil es vielfach Möglichkeiten gab, mit Menschen zusammenzukommen, die die Hilfe, den Rat, den Zuspruch, das kirchliche Dach brauchten. Und es gab viele Gelegenheiten, mit Menschen etwas gemeinsam zu tun. Also es war nicht die Angst, die mich in den Jahren bestimmt hat, obwohl wir natürlich immer wussten, dass die Staatssicherheit sich interessiert für das, was am und um den Dom herum passierte, sondern es war eigentlich auch ein ganz wichtiges Wachsen einer Gemeinschaft, die sich mit den wichtigen Fragen der Zeit, Friedengerechtigkeit und Bewahrung der Schöpfung befasste. Wenn Sie sagen Gemeinschaft, was waren das für Menschen, mit denen Sie damals diese Arbeit gemacht haben? Es waren oft Menschen. Ich kann gar nicht sagen, dass ich meine Arbeit mit ihnen gemacht habe, sondern dass wir etwas Gemeinsames gemacht haben. Wir waren zum Beispiel in der Gruppe Frauen für den Frieden, die sich, ich glaube, 1982 zusammenfand. Frauen in Magdeburg im kirchlichen Dienst, aber auch viele aus anderen Berufsgruppen, viele ist immer relativ, wir waren eine Gruppe, die in ein Wohnzimmer passte, die beunruhigt waren dadurch, dass der nationale Verteidigungsrat der DDR gesagt hat, im Ernstfalle müssten auch Frauen den Wehrdienst machen. Und das hat uns sozusagen auf die Barrikaden gebracht. Wir haben öffentlich erklärt, in einem Schreiben, dass sie auf uns nicht rechnen können. Und das war der Anlass, sich zusammenzufinden und zu diesem Thema Frieden, Gerechtigkeit miteinander zu arbeiten. Wir haben uns monatlich etwa getroffen. Einer übernahm immer ein Thema und wir haben dann sehr schnell auch Austausch gepflegt mit anderen Frauenfriedensgruppen in Halle, aber auch in Berlin. Und einmal hat sogar unsere Magdeburger Frauenfriedensgruppe ein DDR-weites Treffen dieser Frauengruppen ausgestaltet. Die Forderungen gerade der unabhängigen Frauenbewegung in der DDR waren ja oft sehr präzise und betrafen auch ganz stark die Lebensbedingungen der Menschen. Können Sie da noch was berichten, was das konkret für Forderungen waren, die man aufgestellt hat oder wo man auch im Alltag agiert hat? Uns interessierten natürlich alle gesellschaftlichen Themen, aber ich erinnere mich an ein spezielles Thema, an dem wir ziemlich ausführlich gearbeitet haben, nämlich als die neuen Lehrpläne für die Kindergärten, für die, heute sag ich mal, Kindertagesstätten herauskamen, in der ausführlich berichtet wurde über die Wehrerziehung der Kleinen, also das Vertrautmachen mit der Notwendigkeit der Verteidigung der Armee und so weiter. Und damit natürlich auch die Frage, wie, was für eine Alternative stellen wir uns vor an Friedenserziehung für Kinder von klein an? Wir haben uns an der Stelle eingemischt, haben uns öffentlich geäußert zu diesen Lehrplänen und Vorstellungen und später übrigens auch, als Ende der 80er Jahre ein Volksbildungskongress stattfand, haben wir zu Lehrplänen in diesem Bereich auch wiederum etwas aufgeschrieben und mit hingeschickt, als unsere Meinungsbildung, nicht, dass wir etwa irgendwann mal Antwort bekommen hätten. Aber wir wollten die Möglichkeiten, die wir erst mal sahen, nutzen, um uns öffentlich zu melden. Und dann gab es in Magdeburg ja auch über mehrere Jahre hindurch den sogenannten Friedenssonntag im Sommer, einen Sonntag, bei dem im und am Dom sich die Friedensgruppen der Landeskirche oder auch der ökumenisch mit uns verbundenen Kirchen trafen. Dort hatte unsere Frauengruppe auch immer einen Stand und hat sich dort geäußert. Aber dazu gehörten auch Friedensgebete, ein Friedensgottesdienst und viele, viele sehr, sehr interessante Initiativen der verschiedensten Frieden- und Menschenrechts- und Umweltgruppen. Das wäre gleich meine nächste Frage. Sie haben Frieden als ein wichtiges Thema genannt. Was waren noch andere Themen oder Arbeitskreise? Ich denke, ich weiß nicht mehr genau wann, aber Mitte der 80er Jahre sammelte sich unter dem Dach der Domgemeinde sozusagen eine Ökologiegruppe, die die Umweltfragen genauer anschauen wollte. Und die vor allem die Frage der Luftverschmutzung, der Verschmutzung der Elbe und alle möglichen Umweltthemen, die ja in der DDR, wie man heute weiß, sehr, sehr akut waren, ins Gespräch brachte. Das war ein staatsfeindlicher Akt zum Beispiel, der Elbe Wasser zu entnehmen und das Wasser untersuchen zu lassen. Diese Gruppe war sehr engagiert und als Pfarrerin am Dom habe ich natürlich auch immer wieder mit dieser Gruppe zu tun gehabt und zeitweise gab es ja auch ein gemeinsames Informationsblatt der verschiedenen Frieden-, Umwelt- und Gerechtigkeitsgruppen in Magdeburg, den Ausblick, in dem sowohl die Umweltgruppe am Dom als auch die Friedensgruppe an der Martinsgemeinde und verschiedene andere Gruppen ihre Informationen veröffentlichten, intern veröffentlichten. Es gab immer so einen schönen Satz, nur für innerkirchlichen Dienstgebrauch und dieser Dienstgebrauch hatte natürlich einen weiten Mantel. Wie war das eigentlich innerhalb der Kirche? Das war ja eine sehr engagierte Aktivität, wo sicherlich auch viel mit Menschen zusammenkamen, die, wie Sie schon gesagt haben, auch von der Staatssicherheit beobachtet wurden, die teilweise Repressalien unterworfen waren. Wie wurde das innerhalb der Kirche aufgenommen? Ich denke, dass Gemeindekirchenräte, die ja traditionell verantwortlich sind für das geistliche, gottesdienstliche Leben, die Seelsorge, Verantwortung an der Gemeinde und dass alles dies auch der Gemeinde gemäß gelebt und getan wird, Sorgen hatten. Wenn zu viele Menschen kamen, die eigentlich überhaupt keinerlei kirchliche Bindung hatten und nur unter dem Dach der Kirche sich artikulieren wollten. Das ist eigentlich ein naturgegebener Gegensatz gewesen. Ich habe aber eigentlich immer den Gemeindekirchenrat am Dom so empfunden, dass sie sich so weit wie möglich öffnete und muss dazu sagen, dass das auch eine ganz bemerkenswerte Position war, weil die Ältesten ja nicht wie ich ihr festes Arbeitsverhältnis mit der Kirche hatten, sondern in irgendwelchen Berufen in Magdeburger Betrieben tätig waren und immer mal damit rechnen mussten, dass sie als Mitglieder des Gemeindekirchenrats des Domes sozusagen angezählt wurden. Und wenn ich das fragen darf, wie war Ihre persönliche religiöse Motivation, das zu tun? Es gab ja auch Strömungen, die gesagt haben, man muss der Obrigkeit gehorchen und keine oppositionellen Aktivitäten entfalten. Haben Sie das anders gesehen, auf einer anderen theologischen Grundlage da gehandelt? Ja, ich denke, ich habe natürlich den Vorteil gehabt, dass ich in einer Landeskirche war, wo solche Positionen keine bestimmte Rolle hatten, sondern die Kirchenprovinz Sachsen, die evangelische Kirche der Kirchenprovinz Sachsen, in der ich als Pfarrerin tätig war, ist ja bekannt dadurch, dass die Bischöfe dieser Kirche auch klar zu gesellschaftlichen Fragen, zu Bildungsfragen, zu Gerechtigkeitsfragen und zu Umweltfragen, in Positionen bezogen nicht nur die Bischöfe, sondern auch die Synoden. Insofern war ich in einem Kontext eingebettet, der mir wichtig war. Ich erinnere mich, dass bei meinem Studium in Halle Anfang der 60er Jahre das Wort Nonkonformismus eine wichtige Rolle spielte. Ein anständiger Christ und ein anständiger Pfarrer waren nonkonformistisch. Das heißt, er musste bereit sein, auch gegen den Strom zu schwimmen, nicht alles mitzumachen, sich bei jeder Sache zu überlegen, mache ich mit oder mache ich nicht mit. Wie hat der Staat auf Ihre Aktivitäten reagiert? Also ich denke, für den Staat war ich eine relativ harmlose Person, weil ich ja zu keinerlei irgendwie aufsehenerregenden oder skandalösen Aktionen griff, sondern im Rahmen der Möglichkeiten im Gespräch war. Ich halte mich auch nicht für eine Widerstandskämpferin, sondern einfach für eine Pfarrerin, die versucht hat, ihre Pflicht zu tun und an der Stelle, wo sie war, auch sich den Problemen zu stellen, die auf dem Tisch waren. Wir haben zum Beispiel am Dom Mitte der 80er Jahre große junge Gemeindegruppen gehabt, wo viele nicht angepasste Jugendliche hinkamen. Und ich habe das fast immer als ein etwas abstruses Ereignis gesehen, dass ich als relativ, nein, nun nicht sehr revolutionäre Frau mit, sagen wir mal, 30 Punks zusammen in einer jungen Gemeindegruppe saß und eigentlich mehr hören und ins Gespräch treten musste, als dass ich hinkam und ihnen irgendetwas anbieten konnte. Und diese Begegnungen haben mich auch sehr, sehr geprägt, also einfach mitzubekommen, wie Jugendliche sich fühlen. Der Dom hat ja dann darauf hingewirkt, dass der Kirchenkreis Magdeburg eine extra Sozialpädagogin einstellt für Arbeit mit Punks, um ihnen besser gerecht zu werden, weil wir das neben der Gemeindearbeit gar nicht so schafften. Das heißt ja, zu Beginn des Jahres 1989 gab es in Magdeburg eine sehr vielfältige Opposition, die ja zum Beispiel auch im Protest gegen den Wahlbetrug der Kommunalwahlen aktiv wurde. Und was mich persönlich besonders interessiert, viele Menschen haben ja davon berichtet, dass sie die offene Parteinahme der SED-Führung für die Niederschlagung der chinesischen Demokratiebewegung als Drohung empfunden haben. Wenn so etwas hier passiert, dann ist auch die SED bereit, dieses zu tun. Haben Sie das auch so empfunden damals? Also ich fand diese Parteinahme skandalös, weil ich dachte, das war ein Punkt, mit dem die SED so viele Punkte verlor bei ihren eigenen Leuten, ganz zu schweigen bei denen, die sich an einer anderen Stelle innerlich fühlten. Aber für mich war eigentlich schon der Anfang vorher gemacht, denn im Rahmen der sogenannten ökumenischen Versammlungen, die ja im Februar 88 in Dresden und im Oktober 88 in Magdeburg und dann nochmal im Februar 89 in Dresden stattfanden, war ja eigentlich ganz, ganz viel zum ersten Mal öffentlich ausgesprochen, auf den Tisch gekommen, was an Protesten, Beschwerden, Ängsten, Nöten, Missständen und so gesellschaftlich vorhanden war. Und im Rahmen dieser Bewegung haben wir eigentlich nicht diese Negativerlebnisse als beängstigend erlebt, sondern als Motor, man muss noch mehr tun, man muss noch mehr Menschen Möglichkeit geben, sich zu äußern als umgekehrt. War es denn vor dem eigentlichen Herbst 1989 für Sie eine Stimmung, wo man gesagt hat, wir merken, jetzt verändert sich etwas oder war es eher so, dass man auch dachte, ja die Partei bleibt im Grunde genommen bei ihren Positionen und wird nichts verändern? Es ist schwierig. Im Jahr 83 war ja einer der regionalen Kirchentage im Lutherjahr in Magdeburg und der hatte das Thema Vertrauenwagen. Und die Staatsfunktionäre in Magdeburg, also der Leiter für Abteilung Inneres und der Beauftragte für Kirchenfragen, haben dieses Thema aufgenommen und fortan bei allen Gesprächen zwischen staatlichen und kirchlichen Stellen haben sie immer wieder gesagt, wir haben doch die Losung Vertrauenwagen. Und das ist doch eine gute Basis und so. Und man hatte immer ein bisschen das Bedürfnis, dieses Thema nochmal sozusagen von einer anderen Seite zu beleuchten, weil bei jeder Beschwerde, wenn wir einbestellt wurden, weil irgendwas passiert war und wir mit ihnen darüber reden mussten, gesagt, ja wir haben doch aber uns geeinigt auf Vertrauenwagen. Und da haben wir gesagt, Vertrauenwagen heißt nicht, dass wir nicht etwas wagen müssen, um Menschen beizustehen. Wir haben allerdings in der damaligen Zeit einen Pfarrer in Magdeburg gehabt, der aus meiner Sicht der mutigste und bahnbrecherischste in diesem Sinne gewesen ist und der in einer unglaublichen Weise sich eingesetzt hat für Leute. Rainer Boley, der ja leider im Silvester 88, 89 verstarb und der eigentlich hier sitzen müsste, weil er der Eigentliche ist, der diese Dinge alle vorangebracht hat. Und als dann der Herbst 1989 kam, wie haben Sie das empfunden, als es die ersten, ja am Anfang auch gewalttätigen Reaktionen des Staates gab und dann aber immer mehr Menschen den Mut fassten, in den Dom zu gehen, zu protestieren, ihre Meinung zu sagen. Ich weiß gar nicht, ob man heute noch vermitteln kann, was das für eine Wahnsinnszeit war, dass sich eigentlich alles überschlug, dass man die Nachrichten von heute waren sozusagen schon wieder eine völlige Veränderung gegenüber den Nachrichten von gestern. Und insofern waren natürlich diese Polizeieinsätze vom 5. und 7. Oktober ein furchtbarer Druck, ein furchtbarer Zwischenschritt, sage ich mal, weil sie die Polizei in einer Weise in Aktion vorführten, die wir vorher noch nicht erlebt hatten. Und die Montagsgebete waren ja zu der Zeit schon. Und die Betroffenen haben dort von ihren Ängsten, von ihrer Inhaftierung, von den gewalttätigen Übergriffen, von der sogenannten Zuführung und so weiter erzählt, wo ja eigentlich Leute mitgenommen wurden, die überhaupt nichts zum Teil mit den Dingen zu tun hatten, wahllos auf Autos geladen und so weiter. Und ich habe damals mit der Sozialpädagogin, die ja nun auch konkrete Namen wusste von Leuten, die eingesperrt waren, ein Gespräch geführt mit dem, ich glaube mit dem Staatsanwalt der Stadt Magdeburg, um die Freilassung zu erreichen, weil wir das also unerträglich fanden und außerdem ja auch immer in Sorge waren, dass die Situation eskalieren könnte. Und der 9. Oktober war natürlich dann der Tag, an dem es im Grunde genommen darum ging, eskaliert es oder eskaliert es nicht. Und es war wie eine Befreiung, dass der Tag vorbeiging, ohne dass neue Gewalttätigkeiten passierten. Hatten Sie danach das Gefühl, dass es jetzt auch keine Gewalttätigkeiten mehr geben würde, seitens der Staatsmacht? Ich habe immer gedacht, dass ich das Gefühl danach hatte, aber als ich jetzt nochmal die alten Texte nachgelesen habe, ist mir doch bewusst geworden, dass es ein paar Punkte gab, wo es eigentlich immer noch auf Messerschneide ging. Zum Beispiel der Montag nach dem 9. Oktober, an dem ja in Magdeburg auch noch nicht demonstriert wurde auf den Straßen. Diese Entscheidung ist davon bestimmt gewesen, weil wir gesagt haben, die Gefahr ist nicht vorbei. Wir wissen nicht, wie die Reaktion ist, obwohl im Nachhinein wir oft das Gefühl haben, der 9. Oktober war es, aber auch am 16. Oktober waren wir nicht sicher, wie es werden würde. Und dann gab es ja nochmal die Demonstration im November, nach dem Fall der Mauer, gegen die Staatssicherheit an der Rathenau Straße. Und auch da wussten wir ja nicht, obwohl wir vorher Gespräche geführt hatten mit dem Abteilung Inneres im Rathaus, ob die Staatssicherheit wirklich nicht zurückschießen würde, wenn wir dort demonstrieren. Also wenn man sich nochmal überlegt, was wir für Vorkehrungen getroffen haben, die weißen Bänder und die Kerzen und den Schweigemarsch, dann wird nochmal deutlich, dass wir natürlich keineswegs wussten, wie diese Demonstration ausgehen würde. Die Menge der Menschen, die dann in den Dom gekommen sind, also zum Beispiel am 9. Oktober, ging ja weit über den Kreis der alten, organisierten Opposition hinaus. Lässt sich überhaupt so etwas sagen, ob diese Menschen was Bestimmtes einte, an Beruf, Einstellung, oder waren es einfach Leute aus allen verschiedenen Schichten? Weil es waren ja nicht nur Oppositionelle. Ich weiß zum Beispiel auch, dass viele Opfer der Staatssicherheit gesagt haben, ich gehe nicht auf die Straße, weil wenn es zu Gewalttätigkeiten kommt, sind wir die Ersten, die wieder ins Gefängnis kommen. Dafür waren ja auch Vorkehrungen getroffen. Lässt sich da so ein einigendes Band der Menschen, die gerade in dieser frühen Phase Anfang Oktober im Dom waren, ermitteln? Ich denke, einigend war die Unruhe und Unzufriedenheit mit der Situation. Das heißt also, im Nein waren wir uns einig. Aber was wir positiv wollten, darüber begann ja erst die Verständigung. Es gab ja kein öffentliches Forum, wo das irgendwo mal diskutiert worden wäre. Ich erinnere mich, ich glaube, das war am 2. Oktober, dass wir Punkte zusammengetragen haben, was ist das, was wir jetzt meinen, was unsere Gesellschaft braucht. Und wir hatten 22 Punkte und es begann mit Redefreiheit, mit Pressefreiheit, mit Reisefreiheit. Und der 22. Punkt, der am wenigsten benannt wurde, war die Einheit. Also es war ein breites Spektrum, ging natürlich auch, das Thema Frieden war auch Möglichkeit eines zivilen Wehrdienstes und so viele andere Punkte wurden genannt. Aber das hat erst mal die Punkte aufgelistet. Aber wie jeder Einzelne sich diese Punkte im Konkreten vorstellt, konnte man nicht sagen. Sie sagen die Frage. Wollte man sagen, es war ja die einzige Öffentlichkeit, die es gab. Also das neue Forum natürlich an erster Stelle zu nennen, als politische Kraft, aber auch der Dom, war die einzige Öffentlichkeit. Die Leute gingen nach der Arbeit in den Dom und guckten, was gibt es für neue Texte und Papiere und Veröffentlichungen, weil die dort alle angehängt waren. Aber man las sie nicht in der Zeitung. Sie sagten die Einheit kam ganz am Schluss. Darüber gibt es ja heute auch sogar in der Forschung eine breite Diskussion. Hatten die Menschen damals Angst, diese Thematik zu nennen oder war es einfach so, dass die Frage für die Leute noch nicht so wichtig war und Fragen nach demokratischen Rechten und einer Veränderung der DDR im Mittelpunkt standen? Also ich glaube nicht, dass es Angst war, weil zu der Zeit ja eben alles aussprechen eigentlich eine Mutfrage war und dann hätte man das meinetwegen auch aussprechen können. Es war wahrscheinlich, also ich spekuliere jetzt mal, wahrscheinlich einmal das Gefühl, dass es so unwahrscheinlich ist, kann man sich gar nicht vorstellen. bei mir persönlich war eigentlich auch verinnerlicht das Gefühl, diese Spaltung Deutschlands, an der wir auch zu leiden haben und die wir auszuhalten haben, ist eine Folge des verlorenen Krieges und wir müssen einfach diese Folge tragen, weil wir mit Deutschland so eine verbrecherische Politik gemacht haben. Also es waren diese Sachen, aber es war auch eigentlich das Unvorstellbare. Und dann gab es natürlich auch ganz stark den Wunsch, endlich die Vorstellung von Demokratie und gesellschaftliche Erneuerung selber umzusetzen, was ja hieß sozusagen, erst mal hier aufzuräumen, ehe wir überhaupt über die Grenze hinausdenken. Es gab ja an der Zeit habe ich in Leipzig festgestellt, auch Brüche innerhalb der SED. Wissen Sie, ob auch SED-Mitglieder gerade in dieser frühen Phase in den Dom gekommen sind und sich dem Protest angeschlossen haben? Ja, also ausdrücklich muss ich sagen, wir hatten ja Bestandteil der Veranstaltung im Dom waren ja die sogenannten offenen Mikrofone, drei Mikrofone, die einfach im Mittelgang standen und zu denen jeder gehen konnte, der irgendwie sich Zugang verschaffen konnte. und dort sind mehr als einer gewesen, die sich zum Mord gemeldet haben, gesagt, ich bin in der Partei oder ich habe mein Parteibuch gerade zurückgegeben, denn das und das und das kann ich nicht mehr mit den Vorstellungen verbinden, die mich einmal bewegt haben, in diese Partei einzutreten. Und ich erinnere mich auch an ein Gespräch im Rathaus mit dem Stellvertreter für Inneres, in dem mir gesagt wurde, sie ahnen ja gar nicht, was in der Partei an Diskussionen los sind. Ich ahnte es wirklich nicht, denn das waren getrennte Welten, Kirche und Parteiversammlung. Es gab ja irgendwann dann auch durchaus sehr lautstarke Auseinandersetzungen Ende November, Anfang Dezember zwischen Befürwortern und Gegnern einer Wiedervereinigung. Wie haben Sie diese Debatte empfunden? Ja, also ich habe jetzt mit einem früheren Mitglied der Beratergruppe DOM wieder Verbindung gehabt, der gesagt hat, ihr Pfarrer wolltet ja einen Sozialismus mit menschlichem Antlitz, als wir schon längst eigentlich nur noch auf die Einheit zu gehen wollten. Das stimmt, dass wir noch sehr viele Gedanken in diese Richtung verwandt haben. Kann man nicht die Gesellschaft hier durch ein menschliches und mitmenschliches System und durch eine Veränderung der gesellschaftlichen Strukturen zu einem Land machen, in dem die Leute bleiben und nicht ausreisen? Allerdings ist natürlich mit dem Fall der Mauer das Tor so geöffnet gewesen, dass man sehr schnell merkte, es hat keinen Zweck und die, ich sage mal, bis zu diesem Punkt schweigende Mehrheit, die wahrscheinlich auch zum größeren Teil gar nicht im DOM war, hat sich dann zu Wort gemeldet mit dem Ruf, wir sind ein Volk. Es war ja offensichtlich im Oktober, November sehr beeindruckend, als zum ersten Mal bei öffentlichen Veranstaltungen Menschen über ihre Haft bei der Staatssicherheit berichtet haben. Isolationsfolter, massiver psychischer Druck, Dinge, die sich ja viele Menschen gar nicht so vorstellen konnten. Wie haben Sie das empfunden, als Menschen darüber berichtet haben? Vereinzelt hatte ich schon davon gehört von Menschen im seelsorgerlichen Gespräch und Sie wissen ja, dass die Leute alle unterschreiben mussten, dass sie eigentlich gar nicht darüber reden durften. Aber in dieser Massivität hat mich das sehr erschreckt und hat mir auch bewusst gemacht, dass wir als Kirche viel zu wenig auf dieses Leid geachtet haben. Wir hätten viel mehr auch darauf hin verweisen dürfen und das ist auch so ein Punkt, wo ich sage, wir waren keine Widerständler. Wir haben versucht, unsere Arbeit zu machen, als Kirche das zu leben, wozu wir da waren, aber wir haben bestimmt auch an vielen Stellen Dinge nicht getan, die wir machen mussten, hätten machen müssen. Und dann ging es ja sehr schnell Richtung Wiedervereinigung. Wenn man diesen Prozess heute betrachtet, dann sind ja, glaube ich, für viele Menschen, die in der Opposition in der DDR gewesen sind, dort auch große Hoffnungen zunichte geworden, weil man, wie Sie sagten, über einen Sozialismus mit menschlichem Annitz eine demokratisierte DDR nachdachte. Wie würden Sie das heute bilanzieren, 20 Jahre nach der friedlichen Revolution? Ich muss mal sagen, dass mir plötzlich bewusst wurde, in diesem ganzen Prozess und auch in den Auseinandersetzungen, dass wir den Gedanken an die Einheit in uns tabuisiert hatten. Ich bin ja selber, gehöre zu denen, die 1947 vom Westen nach dem Osten gekommen waren. Ich bin in Dänemark geboren und ich habe erlebt, in meiner eigenen Familie, dass also 1959 meine Schwester und 1978, 83 und 89 meine Brüder nach dem Westen gingen. Und das heißt also, wir haben in unserer Familie diese Zerrissenheit, die ja auch dazu führte, dass zum Beispiel unsere Kinder nicht mehr mit ihren Angehörigen in Verbindung treten konnten und sie nicht besuchen konnten und so. Diese Zerrissenheit haben wir stark gespürt, aber durch dieses Gefühl, das müsst ihr durchhalten, weil es die Folge des Krieges ist, weil Deutschland diesen schrecklichen Krieg gemacht hat, haben wir uns selber verboten, das sozusagen als Leiden wirklich wahrzunehmen. Und so ist es wahrscheinlich in vielen Familien im Osten gewesen, aber ich denke, wir hatten ja auch noch eine andere Möglichkeit. Wir hatten viele Verbindungen mit Freunden und Verwandten aus dem Westen, die uns besuchen kamen und so sozusagen das Eingesperrtsein ein Stückchen überwinden halfen. Und das haben wir auch in der Kirche gelebt. Wir hatten ja Partnergemeinden Ost-West und dadurch vielfältige Verbindungen. Also es war dennoch ein Stückchen Tabu, das zu denken. Und als mir das bewusst wurde, habe ich dann auch einfach mir selbst eingestanden, dass es eigentlich was Wunderbares ist, dass die Einheit gekommen ist. Wie würden Sie das heute sehen? Sind die ganzen Vorstellungen der Menschen, die für die Einheit waren 1989, sind die Wirklichkeit geworden, war es eher eine große Enttäuschung? War es eventuell auch ein utopischer Gedanke, den viele mit der Einheit verbunden haben, was so dann nicht funktionieren konnte? Also die Wünsche sind natürlich nicht alle Wirklichkeit geworden, weil wir natürlich gar nicht genau wussten, auf was wir zu gehen. Wir kannten ja die Bundesrepublik West so gut wie gar nicht. Und das, was über das Schaufensterfernsehen zu uns kam, war ja nur ein geringer Ausschnitt. Zweitens waren wir nicht eingeübt auf ein Leben in einer Art Demokratie, wie sie in der Bundesrepublik West üblich war und hatten jahrelang erst mal Einübungsprobleme, ehe wir überhaupt mit den verschiedenen Instrumentarien umgehen konnten, ehe wir den neuen Rechtsraum kennenlernten. Und ich denke, das Wichtigste, was in diesem Zusammenhang zu tun war, war, sich mit den Leuten aus dem Westen zu verbünden, die gemeinsam mit uns darüber nachdenken konnten, wie man diese Demokratie gestaltet. Denn es ist ja so, dass die Bundesrepublik bis heute kein Idealstaat ist, sondern viele, viele Dinge sind, an denen man kritisch weiterarbeiten muss und wo der Einsatz von Bürgern gebraucht wird, damit sich was verändert. Also, ich denke, es ist anstrengend, weil es überhaupt nicht das war, was viele Leute sich vorstellten, man kommt in ein Land und da geht es einem gut und ich lebe endlich so wie meine Verwandten im Westen, sondern das ist ein Land, das genauso die demokratische Mitwirkung, das kritische Mitdenken der Leute braucht, wie vorher wir ja auch kritisch mitdenken sollten. Und es ist eben einfach so, dass täglich und immer wieder neue Probleme sich stellen, an denen man arbeiten muss. Welche Probleme sind das heute aus Ihrer Sicht? Sie sind ja sehr engagiert im Bereich Erinnerungskultur, erinnern an den nationalsozialistischen Terror, aber ich denke, Sie werden da sicherlich auch noch andere Themen ansprechen, wo es sich heute lohnt, sich zu engagieren. Also, ich bin natürlich als Pfarrerin keine Fachfrau für Wirtschaftsfragen und insofern denke ich, es muss zwar viel in diesem Bereich getan werden, Wirtschafts- und Finanzpolitik, das liegt im Moment ja förmlich auf der Hand, aber da sind natürlich die Fachleute gefragt und die Leute, die dafür auch wirklich die richtige Kompetenz haben. Aber man kann natürlich etwas tun, indem man sie ermutigt und indem man die Situation kritisch anspricht und sagt, das oder das oder das gehört verändert. Also zum Beispiel die Schere zwischen Arm und Reich oder die Muss-wieder-Zugehen oder die sozialen Unterschiede. Und das Gleiche ist natürlich im Bildungssektor zu sagen. Ich denke aber, auf dem Bildungsbereich ist nach 1990 mit sehr viel Engagement schon sehr viel getan worden. Eltern haben Schulen gegründet, haben Schulvereine gegründet und haben sich eingesetzt für eine Neugestaltung der Bildung. Das finde ich sehr, sehr gut und hoffe sehr, dass es auch immer weiter sich entwickelt. Die Erinnerungskultur haben Sie angesprochen. Es geht ja nicht nur ums Erinnern, sondern es geht um das, was wir heute gegenwärtig erleben, dass aufgrund mangelnder Erinnerungsfähigkeit oder verfälschter Erinnerungsdarstellung Menschen zu politischen Positionen neigen mit Rechtsradikalismus oder Verharmlosung, Verherrlichung der Nazizeit. Und dagegen ist eigentlich die Erinnerungskultur, an der ich mich engagiere, ein wichtiger Punkt, weil wenn es nicht vergessen wird, was war in der Nazizeit, dann kann man auch kritisch mit dem umgehen, was an heutigen politischen Meinungen geäußert wird. Das ist ja ein sehr guter Punkt, speziell die Aktion Stolpersteine, wo ein Opfer des nationalsozialistischen Terrors im Straßenbild direkt erinnert wird. Nun gibt es auch zum Glück nicht zu viele, aber immerhin Stimmen, die sagen, es ist schon so lange her, das braucht eigentlich gar nicht zu interessieren, Rechtsextremismus heute ist eine Randerscheinung. Wie sehen Sie das aus Ihrer persönlichen Erfahrung hier in der Stadt? Interessant ist, dass sehr, sehr viele Menschen sich dafür interessieren. Und das scheint es also auch wirklich eine Sache zu sein, die wichtig ist, die im Gespräch sein muss. Und ich denke, wir sind heute an einer Stelle, wo es nicht darum geht, Pauschalberichte über die Nazizeit, über die geschichtlichen Vorgänge unter die Leute zu bringen, da gibt es schon viel, was berührt und was die Menschen ganz stark anrührt, sind die Einzelschicksale. Ist die Erinnerung, dass wir hier Menschen aus der Mitte der Gesellschaft verloren haben, die Teil dieser Stadt waren, auch Teil des Charms, des Reichtums, der Schönheit, der wirtschaftlichen Prosperität dieser Stadt und die durch die Verbrechen der Nationalsozialisten uns verloren gegangen sind. Und man muss sagen, nicht nur durch die Verbrechen der Nationalsozialisten, sondern viele, viele Bürgerinnen und Bürger waren in kleinen Teilen beteiligt an der Stimmungsmache, auch an der Frage, wie geht man mit dem Eigentum jüdischer Menschen zum Beispiel um, auch an der Frage, wie redet man über Roma und Sinti zum Beispiel, oder auch an der Frage, wie geht man gesellschaftlich mit Homosexuellen um. Also ich denke, durch die Stolpersteinarbeit wird plötzlich das Ganze runtergebrochen auf ein einzelnes Schicksal, auf einzelnes Verhalten. Und muss ich sagen, es kommen plötzlich auch Menschen ins Gespräch, von denen in Magdeburg wenig bekannt war, Menschen, die jemanden versteckt haben, die abends im Schutz der Dunkelheit Lebensmittel zu jüdischen Nachbarn gebracht haben, die Menschen unterstützt und geholfen haben, die die Verbindung gehalten haben. Also im Positiven wie im Negativen wird plötzlich die Gesellschaft nochmal in ein anderes Licht gestellt. Nun ist es ja so, ich sehe täglich in der Gedenkstätte sehr viele engagierte Lehrerinnen und Lehrer sehr viel Interesse, gerade bei Schülerinnen und Schülern, wenn genau das geschieht, dass man nämlich mit persönlichen, ganz konkret greifbaren Schicksalen konfrontiert wird. Gleichzeitig ist es natürlich so, dass selbst die SED-Diktatur ja in vielen Köpfen gar nicht mehr so drin ist, der Wissensstand sehr gering ist darüber. Wie ist Ihre Meinung aus Ihrer Erfahrung? Wie sollte heute der Umgang mit der Aufarbeitung der DDR sein? Es ist ein schwieriger Gratweg, Menschen zu ermutigen, die DDR mit ihren politischen Zwängen, mit ihrem Terror, mit ihrer Ungerechtigkeit zu sehen und ihnen nicht das Gefühl zu verschaffen, dass damit sie selber als, ich sag mal, Vertreter der DDR diffamiert werden. Also ihnen sozusagen selber die Möglichkeit offen zu lassen, ihr eigenes Leben anders zu sehen, als die DDR gesehen wird. Also viel vielfältiger, viel bunter, auch mit den ganzen Facetten eines persönlichen Lebens, persönlicher beruflicher Arbeit und so. Und ich merke immer noch, wie empfindlich Menschen aus dem DDR-Bereich reagieren, wenn Menschen aus der Bundesrepublik West ehemals über ihr Leben reden. Und das kann aber nur aufgebrochen werden, wenn sie selber über ihr Leben reden. Und es wird oft vergessen, was war. Insofern ist es ganz gut, wenn immer wieder in Erinnerung gerufen wird, so ging es in der Schule zu, so ging es bei der Armee zu, so ging es bei der Parteiversammlung zu, so ging es im Betrieb zu. Und so haben die und die und die und die, die DDR erlebt. Also es bleibt gar nichts übrig, als auch dort Zeitzeugen zur Sprache zu bringen und Zeitzeugen zuzuhören. Aber es muss sozusagen die Luft zum Atmen bleiben, denen, die sagen, mein Leben war aber anders, ich habe davon so gut wie nichts mitbekommen und ich habe die und die Dinge erlebt. Also, dass man sie nicht damit diffamiert, sondern ihnen auch zuhört, als Zeitzeugen ihres Lebens. Und diese Zeitzeugenschaft ins Gespräch bringt mit der ganz anderen. Und vielleicht dann auch die Frage stellt, wie ist das gekommen, dass ihr gar nichts voneinander wahrgenommen habt, dass ihr so wenig voneinander wusstet, dass ihr erst jetzt euer unterschiedliches Leben wahrnehmen könnt. Nun ist es ja so, dass man, glaube ich, mit ein bisschen Stolz sagen kann, dass die Stadt Magdeburg auf verschiedenen Ebenen sehr viel für die Erinnerungskultur tut. Und sehen Sie bei all diesem sehr positiven Engagement, auch der Mittelbereitstellung, auch noch Punkte, wo Sie sagen würden, aufgrund auch meiner speziellen persönlichen Erfahrung, gäbe es in dem Bereich oder dem Bereich auch noch perspektivisch etwas zu tun? Also, ich kann Ihre Beobachtung, dass die Stadt Magdeburg sehr viel tut, gerade aus der Sicht der Aktion Stolpersteine dick unterstreichen. Es ist überhaupt nicht selbstverständlich, dass sich eine Stadt in der Weise mit dieser Aktion identifiziert, sie mit allen ihren Möglichkeiten stützt und begleitet, wie das bei uns passiert. Es gibt ganz andere Beispiele, auch in Deutschland weit. Aber man kann natürlich niemals genug tun. Und wir haben im Rathaus einen Stadtrat, da kann man natürlich auch sehen, dass die Fraktionen sich unterschiedlich einbringen und an der Stelle ist natürlich wünschenswert eine möglichst hohe Einmütigkeit über die Parteigrenzen hinweg. Ich denke, die Möglichkeiten, von der Stadt her das Engagement zu stärken, können immer wieder noch gesteigert werden. Aber ich muss es ganz ehrlich sagen, ich schätze die Unterstützung der Stadt Magdeburg sehr und hoffe, dass sie so bleibt und vielleicht sich auch noch weiterentwickelt. Ich denke das auch, dass wir hier da wirklich in einer sehr guten Situation sind. Was würden Sie sagen, wenn Sie noch mal an den Herbst 1989 denken und die Erinnerung daran? Was ist Ihnen wichtig? Gerade speziell in Magdeburg. Wie sollten Magdeburger auch auf verschiedene Weise sich daran erinnern? Ist es ein Punkt, vielleicht der zum Stolz auch auf die Geschichte der Stadt herausfordert oder eher zur Kritik am Vorhergewesenen? Wie würden Sie das beurteilen heute? Das hat natürlich verschiedene Facetten. Wenn ich mal ganz persönlich reden will, dann ist es mir wichtig, meinen Kindern und Enkeln diese Erinnerung weiterzugeben. Ich habe all meinen Enkeln das Buch über den Herbst 1989 geschenkt, damit sie irgendwann mal nachlesen können, was ihre Großmutter damals getan hat. Anstiftung zur Gewaltlosigkeit. Anstiftung zur Gewaltlosigkeit. Anstiftung zur Gewaltlosigkeit, ja. Darüber hinaus denke ich, dass diese Zusammengehörigkeit weit über die Kirchenmauern hinaus für mich die wichtigste Erfahrung war. Ich habe einfach plötzlich mich nicht mehr beheimatet gefühlt im innerkirchlichen Raum, sondern mit vielen, vielen Menschen außerhalb. Ich war dann vier Jahre in der Stadtverordnetenversammlung, wie sie damals noch hieß, und habe inzwischen ganz viele Bündnisse, also nicht nur das Bündnis gegen Recht, sondern viele Initiativen, Noteingang oder Fremdenfeindlichkeit, Himmelfahrt, die Himmelfahrt-Tagsveranstaltungen. als eine eindrückliche Möglichkeit, also in der breiten Ebene in der Stadt verbunden zu handeln, erlebt. Und das will ich nie mehr missen. Also ich bin froh darüber, dass wir in so vielen Bereichen der Bevölkerung verbunden sind durch diese Arbeit und durch diese Themen. Also das ist ein wichtiger Punkt. Und wir sollen uns in der Kirche nicht einbilden, dass wir die Weisheit mit Löffeln gefressen haben. Inzwischen sind viele Gruppen sozusagen viel weiter als wir und wir sind froh, wenn sie uns mit ins Boot nehmen und sagen, wir möchten aber gern, dass ihr dort mit dabei seid. Und dann ist es wichtig, dass eben generell die junge Generation immer wieder ins Gespräch geführt wird. Im Herbst 1989 habe ich die Jugend oft vermisst. Also ich sehe noch die Studenten an ihren Fenstern oben mit Topfdeckeln klappern, während wir unten auf der Straße vor der Staatssicherheit standen und demonstrierten und voller Angst waren, was passiert. Also ich wünsche mir, dass diese Einbeziehung der zukünftigen Generation noch intensiver passiert und noch weiter möglich ist. Frau Zachuber, ganz herzlichen Dank für dieses wirklich informative und anregende Interview. Ich bedanke mich dafür, dass Sie sich die Zeit genommen haben. Ihnen, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, wünsche ich noch einen guten Abend. Und hoffentlich auch nachher noch engagierte Gespräche über das, was Sie hier gehört haben. Und würde mich freuen, wenn Sie auch bei den zukünftigen Magdeburger Wendegesprächen wieder den offenen Kanal einschalten. Dankeschön.